Hallo und herzlich willkommen bei Modo Claustar. Wir fahren heute ein Einzelrennen. Wir sind dazu auf dem Kurs von Misano an der italienischen Adria. Wir versuchen jetzt im Qualifying uns einen relativ guten Startplatz herauszufahren. Wir schauen was wir erreichen können. Wir fahren komplett ohne Hilfen. Wir haben keine automatische Gangschaltung. Wir haben keine Revinz. Wir haben nichts. Nur unser Moped. Wir fahren mit dem Kursar. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020